Da staunt man immer wieder. Was singen die hier? Was hat der Erwin Thomas jetzt gerade erzählt? Habt ihr gemerkt, was das für Zusammenfassungen sind? Aber wir versprechen euch, wir haben uns alle zum ersten Mal gesehen, außer Barbara habe ich im März kurz gesprochen. Alle anderen haben wir zum ersten Mal gesehen. Wir wussten nicht, was sie bringen und die singen wie das wieder, oder? Das ist das, was die ganze Zeit hier erzählt wurde mit den Bäumen. Es ist einfach zusammen, es ist miteinander verwoben. Zum ersten Mal gesehen, ein Herz, eine Seele, das sind Dinge, ich weiss nicht, wie lange man mit einem Menschen zusammenleben muss, naturgemäss, dass man sich so nahe ist. Total verschiedene Leute, komplett verschiedene Aufgaben, könnte unterschiedlicher nicht sein, aber wir spüren uns als ein Organismus. abgegrenzt zwar auf der einen Seite eben, weil jeder seine individuelle Art hat, aber zusammen ein Leben, ein Lebensstrom. So habe ich das heute wahrgenommen, mit jedem einzelnen Referenten, mit euch allen zusammen. In dem Sinne möchte ich euch verabschieden als ein Teil von mir. Wir verabschieden uns als ein Teil voneinander. Ich bin ein Teil von euch, ihr seid ein Teil von mir, so nehme ich das wahr. Ein Organismus. Und ich sage euch, ich liebe euch, wir sagen euch, wir lieben euch. Wir haben das auch veranstaltet als Liebe. Danke, dass ihr gekommen seid. Bleibt mit uns zusammen, auf welchem Weg auch immer. Und wir sehen uns wieder. Und verändern die Welt. So, okay? Tschüss zusammen. Vielen, vielen Dank den Referenten. Nochmals allen Mithilfen, den ganzen Gruppen, Tättern, Sängern, Künstlern, Technikern. Da kann man dir die ganzen Namen da umzählen, wenn man will. Danke, dass ihr damals mit uns ausgehakt habt. Alles Gute euch. Wir lieben euch. Tschüss zusammen. Alles Gute euch da, überall in allen Bedenken. Schön, dass ihr dabei wart. Kommt nächstes Mal wieder. Wir schauen wieder hoch.